Na dann, jetzt werden die Dettletts die Soros gefüttert. Weißt du auch warum? Weil selbst ein Baby weiß, wie man nickt, du Anfänger. Jetzt, wo dein Baby weg ist, wird mein Schwanz, das fällt bis zum Ende des Spiels, beherrscht. Soos geht's, ich will dich endlich vernaschen. Ich lass es drauf ankommen. Jetzt bildet ihr bloß nichts darauf ein. XTOLBER! Aber Tristan, hier geht es doch nur um Verlieren oder Gewinn. Hier geht es darum, dass Joey lernt, eine Schwester zu sein. Auch wenn er Hilfe braucht, ist es gut für ihn zu wissen, dass Joey ein Schwester ist. Mein bestes Monster ist ein Drache, aber von der besonderen Sorte! Negrondrache! Was? Wie ein Drache? Du hast doch nicht geglaubt, dass ihre kleinen Stöckchen sie vorm Zorn meines Schwanz schützen! Weser Rat 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 Rara Du Idiot! Guck dir an, was du gemacht hast! Mimes rasen in wenigen Sekunden an uns vorbei! Mann, es ist schon fast dunkel. Naaahhh! Mimesis Frusa Kat, seid schon lustig. Ich glaube, jeder hat eine Kaka, mit der er sich identifizieren kann. Du solltest mal versuchen, die richtige für dich rauszufinden. Okay, ich nehme diese. Du willst mich wohl verscheißern, hä? Mit welcher identifizierst du dich eigentlich, Yugi? Ach, das ist einfach. Schwarzer Kaka. Tja, und welche Kaka bedeutet dir am meisten, Bakura? Das ist meine Lieblingskaka. Geht ein bisschen unheimlich aus, findest du nicht? Wenn du wissen willst, was sie drauf hat, können wir uns gleich duellieren. Warum packt nicht jeder von euch seine Lieblingskaka in, Yugi? Dann wär's so, als ob wir alle auf einmal spielen. Toll, aber ich warne dich, mit diesem super Aufgebot an Kaka werden wir nur schwer zu schlagen sein. Stimmt, aber vielleicht kann ich euch überraschen. Alles klar, ich hab gemischt. Mach dir Sorgen, Bakura, wir werden dich anfassen. Danke. Bevor wir anfangen, gibt es da noch eine Kleinigkeit, die ich mit euch allen teilen möchte. Hä? Langsam wird es gruselig. Oh nein! Das war nicht allzu schwierig. Was ist denn das? Nein! Aber das kann nicht sein! Aber der Typ da ist mehr als doppelt so groß wie du. Joey, Fäuste helfen weiter. Gewalt löst Probleme. Ich hab schon viele fiese Typen getroffen und ich fürchte, es gibt nur einen Weg, mit ihnen fertig zu werden. Nein, nicht! Vorwärts, Yugi! Alles kein Problem. Zeig ihm, was wir mit miesen Typen wie ihm machen. Yugi, hä? Heute ist offenbar mein Glückstag. Pegasus hat dem Eliminator, der dich besiegt, eine schöne, saftige Belohnung versprochen. Yugi? Ja, viel mehr! Ha, 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 ha! Hyo, mio, bin! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Bis zum nächsten Mal.